Hallo Freunde, willkommen zum 100 Abo Special Video. Los geht's! Wie ihr bestimmt schon im Videotitel gesehen habt, sind die 100 Abonnenten erreicht und sogar schon übertroffen. Wir sind schon bei sage und schreibe 104 Abonnenten. Mega nice Freunde! Ja, was habt ihr in diesem 100 Abo Special Video zu erwarten? Ja, bevor ihr das eigentliche Special Video seht, beziehungsweise den Abspann, werde ich euch drei Personen nennen, die auch, also zwei von denen in YouTube, YouTube Videos machen und einer in Twitch Streams macht. Ja, fangen wir an. Der erste, I am Flashtime. I am Flashtime ist ein YouTuber, der Live Streams macht zu Rainbow Six, Fortnite und so weiter. Er ist ein guter Freund von mir, er hat mich supportet bei meinen Videos aktiv und ich möchte mit diesem Video auch ihm helfen, dass er meinen Support von meiner Army, beziehungsweise meinen Leuten, die meine Videos aktiv ansehen und auch Verbesserungsvorschläge anbieten, wie ich mich aktiv verbessere, auch ihm den Support gönnen. Ja, dann kommen wir zur zweiten Person. Yoda Messi 0103. Ja, er ist mein Klassenkamerade, er ist ein guter Freund von mir und er hat mich auch zur Idee gebracht, mit YouTube anzufangen, weil er auch schon länger in YouTube drinnen ist und Livestreams zu Rainbow Six, aber auch Fortnite und so weiter macht. Ich finde, er bekommt einfach für seine Arbeit, die er macht, zu wenig Aufmerksamkeit bei seinen Videos. Checkt einfach seinen Kanal mal aus, supportet ihn, wenn ihr wollt. Macht euch eure Meinung draus. Dann kommen wir zur dritten und letzten Person. Das ist mein Bruder. Ja, Leute, mein Bruder. Er macht Livestreams auf Twitch. Falls ihr ihm folgen wollt, wie ihr mir folgt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Follower da leistet, weil er ist noch am Anfang und er braucht einfach die Reichweite, weil Rundgib ist einfach ein noch eher trockenes Thema. Aber wir Freunde können es schaffen, das Spiel besser zu machen und das, was das Spiel bietet, auch hervorzuheben. Also, würde ich euch bitten, meinem Bruder eine Chance zu geben und schaut einfach mal seine Livestreams an und falls ihr das gut findet, was er macht, lasst ihm auf jeden Fall einen Follower zurück. Vielen Drang, Freunde. Dann wird euch jetzt ein Abspann gezeigt, wo ihr wirklich nochmal seht, welche Arbeit ich für die 100 Abonnenten reinstecken musste, damit ich sie auch erreichen konnte. Also, viel Spaß, Leute, und danke für euren Support. Danke, danke, danke. Aber lange um den heißen Brei geredet, los geht's mit dem Abspann. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018